Herzlich willkommen zum Wort für den heutigen Tag. Ich weiß nicht, ob Sie, ob ihr schon den Losungsvers für heute gelesen habt. Der Vers aus dem Neuen Testament ist recht bekannt. Ich lese ihn mal. Da sagt Jesus im Neuen Testament, Bittet, so wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Ich habe dazu ein russisches Märchen gelesen. Da heißt es, ein Dieb kam zum Himmelreich und pochte an die Tür. Mach auf! Der Apostel Petrus, der ja die Schlüssel zum Himmelreich hat, der hörte das Klopfen und geht zur Tür und ruft. Wer ist da? Ich! Wer ist ich? Ein Dieb. Lassen mich ins Himmelreich. Nein, hier ist kein Platz für Diebe, sagt Petrus. Und wer bist du, dass du mich abweisen willst? Ich bin Apostel Petrus. Dich kenne ich. Du bist doch der, der Christus verleugnet hat, bevor der Hahn gekräht hat. Ich weiß alles, Bruder. Da kehrte Petrus um und suchte Paulus. Geh, Paulus, sprich du mit ihm. Paulus geht zur Tür und fragt, wer bist du? Ich bin ein Dieb. Nein, Diebe haben hier keinen Platz im Himmel, sagt Paulus. Und wer bist du, dass du mich abweisen willst? Ich bin Apostel Paulus. Ach, Paulus, du bist doch der, der die Christen verfolgt hat. Und jetzt weißt du mich ab. Dann geht Paulus auch weg und sagt alles Petrus. Und dann überlegt Petrus, ich glaube, wir müssen den Evangelisten Johannes schicken. Der hat weder Christus verleugnet, noch hat er Christen verfolgt. Also geht Johannes zur Tür. Wer ist da? Ich bin der Dieb. Lass mich ins Himmelreich. Da kannst du lange bitten, Dieb. Für solche Sünder wie dich ist hier kein Platz. Und wer bist du, dass du mich nicht einlassen willst? Ich bin der Evangelist Johannes. Ach, du bist ein Evangelist, einer, der die Evangelien geschrieben hat. Weshalb betrügt ihr die Menschen denn? Ich habe im Evangelium gelesen, bittet, so wird euch gegeben. Klopft an, so wird euch aufgetan. Und jetzt stehe ich hier schon seit zwei Stunden und will in den Himmel. Und ihr lasst mich nicht ein. Wenn du mich nicht auf der Stelle in den Himmel hineinlässt, gehe ich zu den Menschen und erzählt, dass ihr Lügner seid. Da erschrak Johannes. Und ließ den Dieb in den Himmel. Diese kleine Geschichte macht so schön deutlich, dass Gott es liebt, wenn wir hartnäckig sind. Wenn wir dranbleiben. Wenn wir ihn hartnäckig bitten. Und dass Gott gerne Gebete erhört. In der Bibel heißt es einmal, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Und wir kennen das von unseren Kindern. Manchmal, wenn wir beim Mittagstisch sitzen, sagt ein Kind, ich habe Durst. Und dann warten meine Frau und ich darauf, dass das Kind sagt, Mama, Papa, könnt ihr mir bitte was zu trinken geben? Wir warten, bis es bittet und nicht einfach nur sagt, ich habe Durst. Ich glaube, so ein bisschen ist es bei Gott auch so. Gott liebt es, wenn wir ihn bitten, wenn wir zu ihm kommen, ihm unser Herz ausschütten. Wenn wir ihm das sagen, was uns bewegt. Gott freut sich darüber. Und er mag es auch, wenn wir ihn hartnäckig bitten. Wenn wir ihn bitten, zeigen wir, dass wir ihn ehren. Weil wir, wenn wir ihm im Gebet unser Anliegen bringen, weil wir ihm dann quasi zutrauen, dass er uns auch helfen kann. Wir ehren Gott, wenn wir ihn bitten. Dass wir ihn hartnäckig bitten, macht dieses Märchen deutlich. Aber auch in der Bibel gibt es einige Geschichten, die das betonen. Zum Beispiel das von der Bitten in Witwe. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Da kommt eine alte Frau zum Richter und der Richter will eigentlich nicht. Aber sie kommt immer und immer und immer wieder und sie nervt ihn, bis er endlich irgendwann nachgibt und ihre Bitte erfüllt. Und Jesus sagt, so ist es bei Gott auch. Ja, wir können bitten. Gott ist gut und er gibt gerne. Er hilft uns von Herzen gerne, weil er uns lieb hat. Aber er möchte auch, dass wir hartnäckig sind, dass wir dranbleiben. Vielleicht, um uns zu zeigen, dass wir ihn wirklich brauchen. Vielleicht, um uns Geduld zu lehren. Gibt es etwas, für das Du, für das Sie schon seit Jahren beten? Vielleicht schon seit Jahrzehnten? Ein ganz tiefes Anliegen? Dieser Losungsvers heute ermutigt uns, dran zu bleiben. Hartnäckig zu bleiben. Gott hört dein Gebet. Bleibt dran. Bitte weiter. Bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Auch heute. Untertitelung. BR 2018 und